und herzlich willkommen zurück bei und zwar diesmal mit in den ihren 1 Kinder mich als schatten aus dann haben anzugträger was sie da Jacky John Junior wir geben uns jetzt in dem passendsten Wohnraum für uns alle und zwar in die gestörten Abteilung ich wollte gerade sagen Irringhaus und einig er hat die Krankenschwester das ist bei 1 2 1 die Kampfer des Ganztes mit den Niedern die Jahre ich sehe schon die Gamer vor mir krankenschwester Prozent die er hat er nicht mehr da Robi am Ende schenken sie ist er muss die Knoten ich verzeihen von 5,4 wo die Schleimung die Schleimung drei Millionen sieben Millionen ja es ist ein nachher und schade einiger Überlebender er vorbeigte nur Künstler Spiegel macht er später nur zu weiberspielen Warum? Warum hab ich da gar nicht? Egal. Hallo. Kann ich sie? Wissen sie? Der Tod. Der Tod. Der ist allgegenwärtig. Ich hab was. Wo ist er? Hallo mein Freund. Hallo, was über dich ich nicht so mag? Ja! Nö, nicht so. Das wollte ich nicht. Wenn du es falsch hast, was du gerade gesehen hast. Na ja. Schneller! Hilfe! Warum bin ich eigentlich schon wieder? Das ist scheiß wie. Ja, ich bin ein Support. Hallo. Ich bin Blitzback. Komm runter. Hallo. Hilfe! Nein! Ja, mir auch. Boah, ich glaube... Eine Outplay! Noch Problem von mir! Nö, äh, nicht wirklich. Komm schon, bitte Leon, ich vielleicht... Hallo, na? Mir geht's so. Was am... Ach, guck mal. Da vorne ist gleich ihr Ehrenplatz. Nein! Sie mögen ja das Hucken so sehr. Wie wär's mit... Nein! Nein! Hängen Sie an den Huck! Sie bluten schon viel, merken Sie das? Ja, ich hab schon... Komm, einmal probiere ich. Und noch einmal. Nein! Nein! Aha! Komm, ich hab Pissen. Leute! er erneut meinten auch wenn ich den von denen ich bin es möglich okay ich eben wenn ich die immer schon strahlern noch du musst mal an der Strasse meine Tasse hat du auch die Karten und gestorben da auch kann man auch noch mal neu starten Ah nee, nicht so toll toll hier, guck mal Hannes guck mal toll Was denn? Ich hab genau von deinem Arm Alter, das wird so, wow Hallo! Ich hatte eine Frage, ob ich gerade was hinvoll ist, machen Nein No problem, Mark und ich bin durch den Wald denn mir ist doch jetzt noch kalt Halali, halala, halala Pulali, Generate Prime Was macht ihr da? Gute Frage, frage ich mich auch gerade Das Ding war weg Klaus? Klaus? Klaus, bist du es? Ja, jetzt ist Klaus Hallo Na? Mein Name ist Klaus, ich gehör in ihren Anstalt, aber die wollten mich da nicht mehr Ach, du hast das Ding eingestellt, ne? Oh, scheiße Tu mir leid Ach, tu dir leid Das glaub ich jetzt aber nicht Nein, das wollt ich nicht Das wollt ich nicht ordinance du... du... du du du... du... du du... Ich hab schon ein Häschen zerrissen, also wir können doch eigentlich mal die DT aufnehmen, ne? Ja, kann man machen. Kann schon! Ja! Weiß Top! Ah ja, der war ja noch. Klaus, Alter! Richtig, Klaus! No problem for Mark, easy outplayed in Keller! Ich bin grad echt hartes Risikospiel hier. Mark macht immer all in. Ja, aber es ist wirklich so! Du-du-du-du-du-du-du. Wer ist denn grad in den Keller gerannt? Na? Mein Freund! Das ist schon kein Fairplay, ne? Oh! Oh, hallo! Oh! Oh Mann! Na, sieh zwei da! Gut da! Äh, ja, Herr Depp! Du spekulierst echt darauf, dass ich blind bin, ne? Und nicht treffen kannst! Oh, leider trefft's. Da ist eine von beiden zu. Ah ja, das ist doch nicht wahr! Ach, Alter! Das ist diese Kacksau, ich nehme den Weg. Ich werde nicht mehr. Oh! 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 Alter! Was ist das für ein Scheisspiel? Ah ja! Könnt ihr mal aufhören, hier die ganze Zeit zu failen? Alter! Oh, hallo! Na, sieh? Hallo! Die ist schon wieder hier? Na, sieh ist schon wieder! Oh! Alter! Leider! Die treff ich den denn nicht! Du bist doch richtig kacke! Na? Ah, ich mag... Äh, mag was du's denn sagen? Geh mir jetzt los! Nicht grepieren, Junge! Ich grepier jetzt noch nicht! Jetzt NICHT! Dann ist der Generator fertig. Hier ist ein unfettiger Generator. Also auch beide angeschlagen, das wäre nicht doch gut. Ich hab die... Äh, Hannes, geh mal zu mir und guck mal zu mir, Hannes! Ja, Mann! Marc, kannst du verhecken gehen, bitte? Hast du mal recht? Marc, kannst du bitte verhecken gehen? Ich hab meine Auswege für... Nein! Mach einen scheiß Generator! Wie... 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 Ich hab die Ruhe gefunden... Ich hab fünfmal vorhin schon so Problem aus dem Eckdium geöffnet. 5 Mal inzwischen! Ja, mittlerweile! Wow! Aber du hast auch... Ein paar Mal mich hätt' nicht gesehen. Ja, ich bin kurzsichtig! ich ja ausreichend ja eigentlich schon Prozent nur ein Befragter so was heißt denn jetzt ist ich bin ich ein Wort an das ist von mir sie sind sie in welchen sie bietet es nicht ich will nichts aufhängen Ich will nur reden. Das ist Leand's fetisch. Nein. Hast du gesehen? Warte, was denn? Ich hab' mal bei Magde zuguckt. Ich hab' mal bei Magde zuguckt. Ich hab' mal bei Magde zugucken. Da hätte ich mich zugucken müssen. Das war ganz lustig. Magde, Magde. Ach komm. Ernsthaft. Magde. Magde. Verreck. Ich? Magde. Verreck. Warum? Ich hab's ja auch. Ich hab' beide die Luke, nur ich ja nicht. Das ist ja was. Das ist kriegend schwer. Ich weiß ja immer nicht mehr, wo die Luke ist, also von daher. Bei wer hat's Stoff? Bei Leon, ne? Hm. Ich würd' ja mal ganz gern wissen, wo der Generator ist. Generator? Gute Frage. In der Mitte ist ein Generator. Ja. In der Mitte? Vielleicht... Vielleicht willst du gleich noch sagen, wo du bist? Äh, ich bin außerhalb des Hauses. Also so'n bisschen am Stein. Da ist so'n Stein riesiger da. Ach, er hat plötzlich aufwärts reden. Das ist ja noch was. Du machst aber auch'n Generator, oder? Ja. Das ist gut. Mach' ich. Na, Marc, sitzt du im Haus, wo machst'n Generator? Ja. Hör' ich doch schon. Ein grüßes Mal im Handel. Bist du krank? Wer meinst du? Dich, äh, dich nicht, Marc. Ach, Max, du hast einen klassischen Ort. Hallo! Oh, Marc, das war richtig genau, Alter. Ja, das war richtig Fail. Marco, bist du? Ich schwör zu definieren. Bei mir. Ja. Warum bist du eigentlich grau? Kannst du mir das sagen? Das finde ich ein bisschen unfair. Ich find's cool. Zu OP. Weißt du, ich renne hier mit weißem Bart rum. Normalerweise und du einfach mit grauem T-Shirt. Schwarzen Haaren. Ich bin halt, äh, Survival-Profi. Und, ähm, da weiß man halt. Du bist einfach zu nubig für, äh, ohne eine Tarnung umlaufen. Oh, hallo. Oh! Ich kenn' dich ja noch gar nicht. Ich hab' da so ne Zahnprothese für sie. Wollen sie den mal austesten? Irgendwie nicht, ne. Ne, schade. Handfecht gab's, ich komm mit. Dann hab' ich ne Rückenprothese. Die ist einsame Spitze. Die müssen wir einfach probieren. Ich bin dumm. Oh, ich bin dumm. Ja. Ich bin reingedacht, weil er gelaufen ist. Ja. Ich hab' den aufgestellten und sind einfach reingerannen hier. Nice. Wer schreibt im Discord? Ich nicht. Ich wette. Äh. Moritz schreibt, sorry. Bin zu spät, oder? Ich schreib mal. Ja. Kann man so sagen. Bichir! Fick dich! Oh! Hallo, sie! Na? Lass mich runderspringen, lass mich runderspringen. Ne. Ähm, ähm, eine Frage. Frag noch, ob du da noch mitmachen kannst. Nein. Bitte nicht. Ui. Kommen wir aus, wenn er Lust drauf hat. Kann man gerne sagen. Jetzt gleich in die Folge reinkommen. Nein! Hier, hallo! So. Mark! Du, du weißt, wo die Luke ist, ne? Ja. Ich mach dein Angebot. Du, 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 du wirst ihn hier verrecken und du darfst flüchten. Verlockendes Angebot, weißt du nicht? Ja, weiß ich. Deswegen mach ich's dir ja. Da muss ich jetzt nachdenken. Boah, ich hab'n schwunges Problem. Ich, ich hab'n Problem. Problem, Problem. Okay, ich lass'n verrecken. Das seh' ich dir sowas von an. Deswegen hab' ich auch gesagt. Wer ist das hier? Ach, das ist der Anzuträger. Wer mag's nicht, das ist nicht so mit dem Klaner. Ich wollt' nur so sagen, ich kann dich nicht ein zweites Mal retten, ne? Das war, das war, oh, okay, Leon. Ich kämpfe, ich kämpfe mal so ein bisschen um Messerschneide. Ich wollt' nicht. Ey, so Hannes kann das bestätigen. Ey, Mann. Hör doch mal auf, sich zu bewegen. So. Du, du, du lässt ihn jetzt ja eh sterben. Also, du wirst ihn abhauen. Viel Spaß. Lauf zum... Äh, was ist das? Nein! Weißt du, was das schlimmste Problem ist? Lauf zur Luke! Ich weiß nicht mehr, wo die ist! So, Marc, viel Spaß. Vollidiot, Marc! Viel Spaß, Marc. Ich find' die. Ja, du musst viel Spaß beim Suchen. Ich such' sie mit. Lea, ich lea und so. Hab sie! Oh, scheiße. Ich hör' sie doch schon, oder? Nicht nur du hast sie gehört. Ja, das ist ja weiß. Ich bin, ich bin tot. Ich darf keine Filz mehr geben, oder? Ja. Gehen noch ein bisschen Punkte abholen. Falls du mich begegnest, sag' mir Hallo, ne? Hallo. Ach, das ist ja was. Ich, ich bin jetzt freundlich zu dir. Du darfst gerne, komm. Das hat keinen Sinn. Doch, find' ich schon. Ich hab' heut'n guten Tag. Und sonst, sonst was ich immer Marc leine, deswegen ja. Oh, danke, Marc. Bitte schön, Marc. Ja, sag' dich, Alter, ob ich jetzt glaube, dass du mich am Leben lässt. Ich hätt' dich wirklich am Leben gedossen, aber... Ja, weiß ich ja nicht, weil ich kann ja nicht sein. So, soll jetzt Moritz reinkommen, soll jetzt Moritz reinkommen. Der holt ja Moritz rein. Oh, Hände auf Blatt. Läufe! Oh, ja, ja, hey. Leute, ich freue mich an der Pizza. So, ähm, was willst du? So, so bist du. Ja. Also, ich hab' triumphiert, dann würde ich mal sagen... Triumphiert? Ich hab' einfach am Leben lassen. Ich hab' triumphiert. Dann würde ich mal sagen, ich schmerke Kieler. Ich hätt' dich auch einfach statt den Anzugtypen umbringen können. Okay, wir machen mal ne neue Regel für die Folge. Wer gewinnt? Das ist unfair, dann. Das ist unfair, dann. Das ist unfair. Das wird alles eingeführt. Wer gewinnt, darf sich aussuchen, ob er weiter überleben bleiben will oder nicht. Und darf natürlich den nächsten Killer werden. Außer wir selbst Killer werden. Und wer halt, ähm... Es ist es noch einher eingeladen werden. Nee, zwei Leute müssen eingeladen werden. Und alles wie schmeckt die Pizza. Ah, hat man keinen Ort. Er hört mich wieder. Warte mal 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 mal. Meine Schattelgeber hat den Klenz. Ja, schon wieder. Du musst halt Tod cleared zuerst machen. Du musst haltPC ausmachen wollen. So, er ist die Stürmer besucht. Ich bin in Ordnung. so lange die das auszuholen dürfen nicht so ein bisschen sich immer selbst man soll sich immer selbst nehmen weil wenn ein Killer gewinnt hat er ja gewonnen dann kann er sich ja wieder einen aussuchen kein Exemplar so gut richtig das ist halt so das heißt ich kann sich immer als Killer gewinnen sind immer Killer so richtig ich bin ich da meint wenn du ehrlich bist bist ja nach zweimal würde ich sagen kann wird ein neuer gewechselt spätestens es geht nach zweimal da hat sich immer selber nehmen da wollen wir an der Haus spätestens auch nicht bei den gleichen Haus da ist wenn ich jetzt mal ich mag aus dem Markt da habe ich ja nicht aus nachdem er zwar man muss auch nicht mal angewiesen sein der muss eigentlich auch trotzdem da kann man nicht ja macht er ist ja genau so ist es genauso ich habe ein paar Lärmung ein bisschen nicht im Doktor ich denke ich hätte die noch nie gespielt das ist der Hase der Hase war ja schon ja das ist ein ganzes ich hasse den Hase ich hasse den Hase okay ähm danke ich habe mich da so Michael hast du Michael schon mal gespielt? schon mal bin ich blöd oder wo ist ich jetzt bin ich schon morgenschen ich bin drin? nö nö oh ja war das Lied oh ich brauche was noch drin ja ich bin jetzt wie viel Hauptmenü warte ich ich bin jetzt wieder da und ich hab die Pizza ich hab noch nicht gegessen jetzt bin ich einfach gerade ausgelassen jetzt aber bitte ein okay mach man gerade noch mal aufnahme oder was wenn das was will oder hat ja noch gebrochen einmal also auch ab stopp gedrückt okay niemand hat irgendwas gedrückt alles okay was das noch oh nein nicht wieder die die Damen und Herren die wir tragen that's ready to rumble den war auch auf Moritz ich bin so weit so ja da und gibt's einen Knopf da steht bereit oder für Leute die auf Englisch spielen ready mein Name hab ich einfach kein Ausgelacht ne not effects ich sag so Mama jetzt geht's hier in der Aufnahme sie so ja ich nehm auch gerade auf magische Geist doch doch warum wird das denn hä denn du bist der Geist ich werde zu 100% du bist der Geist denn ich stelle ich Bekulationen auf irgendwie nie stimmt Geist ist der Anzeleborn den ganzen du hast die Glocke dann muss ich du bist der Geist noch damit du überhaupt dann jemals überhaupt den Krillen kannst weil wir die ganze Zeit das ist scheiße spiel doch einfach ohne den Swash-I-Ding mach ich ja auch immer wenn ich Fallensteller mache Geist ist ich hab in der ganzen Runde eine Fall aufgestellt und habe mich selbst reingerannt ich und er hat sogar noch gewonnen ne oh nein nachdem ich bin ich möchte schon wieder warum denn wieder Michael ich mag den Typen nicht Michael spielt immer auf der Map ne alter Michael hätte ich gerne wenn es ein Bild nicht wieso hast du Michael nicht hast du den ich hast du nein jetzt halt dein Maul-Telefon Michael TLC oder ich muss mir ja muss mir mal holen wessen Telefon ist das Moritz ne man Entschuldigung meine Mutter geht natürlich ich steck das jetzt aus warte ja wir warten wait quit oder geh ran dann ist mir auch egal wir haben Zeit so ist ausgesteckt Geist Geist ich komm nicht nähe ok Geist gut zu wissen ah m t m 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 und meine Mutter fast m sie m m m Der Geist kommt zu mir, 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 unsichtbar, Achtung, warum er bei mir ist. Mir kann man eigentlich nicht sehen, dass er unsichtbar ist. Man sieht Unwisse. Bei dir ist es vorhin so ein bisschen verschwommen. Ja, deswegen, ja, man sieht Unwisse. Ich hab's gemerkt. Ich hab doch richtig zuerst, der Geist. Aber du kannst ihn halt auch ganz schnell mal übersehen, das ist so der kleine Vorteil. Hallo Geist. Hallo. Merk hast du mich grad nicht gesehen? Hallo Geist! Aber was hat mir getan? Und was macht ihr so, Leute? Also ich dachte, ich hab grad einen Parkwell bei mir, weil ich war ja ein Läufer, hat mich dann irgendwie nicht gesehen. Keine Ahnung. Okay, das klingt gut. Ich war alle so klug, aber wenn wir zusammen rumlaufen. Ich glaub nicht so. Ich bin so incompetent. Ja, so können wir die Generator schneller. Naja, oder halt Fällen schneller. Ich kann immer schon OP, äh, über OP-Platz. Ja, aber ich kann Generator, das ist das Gute. Nicht wie andere, was ich sag mir. Alles, äh, was ist? Geh, da ist einer. Ja, dann nimm, nimm, wo ich den da hinten bin, ist es auch okay. Da kann er nicht drüber steigen. Was? Mark, nein! Also da kann er nicht drüber steigen. Mega-Fail. Nein, nochmal, komm schon. Mega-Fail, Hannes. Ja, dann kann er nicht drüber steigen. Da haben wir noch einen Kumpel. Nein, Mann! Ich glaube, es ist ein Laser-Pierce. Fuck, nein! Wow! Genau. Das kann ich auch. Wir können verhandeln. Ja, was? Ja, du, siehst du mir schöne Sachen auch, und da können wir drüber reden. Trifft doch alles hier. Ich ghoste, Mark. Okay. Nein, ich könnte. Um zu ghosten, kannst du da hängen bleiben. Wollen wir mir gleich helfen, Leute? Nur mal so als Zwischenfrage. Na ja, ist recht kritisch. Wenn ich dich irgendwann je sehen sollte, okay. Ich hab doch gerade wem gesehen, Mann. Nein, hast du nicht! Das war also ein Moritz. Es ist blausig und war ja... Und alles hängst du noch schön ab. Ah, ja. Ich kann nämlich, ja. Der hängt voll ab. Hm, ah, gewinnt, Mark! Was, wie, wo, was? Aber, Mark... Was ist überhaupt denn dumm, oder so? Mark? Ja? Ich muss dich loben, dass du nicht campst. Ich hab doch campen müssen geschossen. Weiß ich. Ist ja aber nicht selbstverständlich. Scheibenbar. Nein, leider nicht. Shit, das war knapp. Aha, das war ich nicht close gerade. Aber so richtig am hart close, Alter. Okay, ich weiß nicht, Lukas. Ich mach halt überhaupt nichts irgendwie. Ich laufe einfach nur rum und versuche mich, warum, der zu überschreiten. Das Ding da macht einen guten Lebensplan. Wenn er dich findet, kannst du halt wegrennen. Bist du, bist du... Bist du... Ich baile ihn immer. Ich baile ihn immer. Achtung, komische Frau, da kommt der Geist angelaufen. Hey, komische Frau. Bist du verletzt? Pst, da. Behinderter Stück Scheiße. Du Behinderter... Guck her. Lauf. Nein, ich komm nicht hier raus. Hinsichtlich. Guck her. Guck her. Alles funktioniert. Nicht du. Ich helfe sowieso nicht. Verreck doch einfach. Na. Verrückt dich alles. Ja. Hallo. Ja, Mark on Flame. Nein, lass mich aus. Äh, ich hab ein Problem bei der Regel gefunden. Was für ein... Es gibt mehrere Gewinner als bei ihm. Da kann es potenziell machen. Ja, die müssen wir untereinanderhalten sein. Wir sind einig werden. Ja, das ist ein Problem. Nein, oh man, Mark. Im Falle eines Falles bestimmte Killer. Reinis, was machst du denn da immer? Er macht mich irgendwie, habe ich das Gefühl. Merke ich schon. Ich wackele. Mach das. Ich gebe den anderen die Chance, dich zu befreien. Weil du mir die ganze Zeit vor der Nase lommst. Drei Sekunden danach wird er befreit. Find ich's gut, Mark. Mach's echt toll. Ja, ja, der Anzugträger. Was wird das denn für die Scheiße, ne? Ich hab's auch keine Ahnung. Ich mach's im Dreck. Alles, alles. Komm her, komm her. Du bist... Ja, ich hab's nicht gesehen. Und dann wieder fähig von dir am Kugler-Püb. Ciao. Mach's gut, ne? Also ich muss doch ein geiles Leben mit karten Champagner-Fäten, ne? Jo. Ebenso. Jo, danke. Au, hey. Na? So schnell sieht man sich hier. Bei mir auch gedacht, so. Boah, Alter, ich muss ein bisschen gleich mal heller Stein, es sei ultra dunkel. Du hast dich verknüpft, einfach. Ja, aber... Moin ist einfach extrem klein. Moin ist dann einfach an der Hecke schon vorbeilaufen. An der einbestimmten. Oh. Ja. Ach komm, vergiss dich. Oh. Oh. Schlechter. Bitte Hannes war kackes. Ich bitte Hannes war kackes, nicht einfach. Nein. Gib dir da nix mal. Oh, Hallöle. Nee, wir haben nicht den dritten Generator gemacht. Komm zu spät, zu spät, zu spät! Äh, Leon, da ist er beim Polizeiauto. Hey, hey, ne? Alle in drei Richtungen, ey. Na? Und wer wird verfolgt? Natürlich ich. Ja, das hab ich gesagt nicht so, ne? Ich fühl mich hier ganz schön benachteiligt, Marc. Merkst du das? Ja, ich merk das. Weiß ich, lass dich extra leben und dann kommt's auch in den Kack. Gejagt hast du mich auch, das darf ich auch. Ich würd sagen, der zuerst Vita hat gewonnen. Ja, wir sind nicht auf dem Modell. Alter, komm doch mal weg von mir! Hannes oben! Ah. Mann! Bleib doch mal weg! Ähm, nicht. Sie sind ja nicht verwendet... Sie sind nicht erwischt hier! Ich hab das Gefühl irgendwie, dass... Äh, hier... Hier, Marc, du kannst den Geist irgendwie nicht so ganz, oder? Ne, den kann ich gar nicht. So, Leute, noch ein Generator, alles gut. Er ist nicht mehr hinter mir. Halt, ich weiß nicht mehr, wo er ist. Ich kann mir denken, dass ich weiß, wo ihr seid. Kannst du dir denken? Hm. Da musst du ja ein richtiges Genie sein. Also... Was denkst du denn? Denkst du's nicht? Was denkst du, was wir sagen? Also ich weiß, dass ihr den letzten Generator noch zu Ende kriegt. Das ist mir klar. Aber so schnell werd ich einfach... Alter, Hannes, mach mal nicht so ne Angst! Ich hab grad nur voll die Hosen geschissen! Wenn ich das Hände, ja... Ich hätt einfach Hannes nicht mehr leben lassen sollen. Oh! Klug ist was anderes, Hannes! Rückenspiel ist mal sowas. Ja, warum meinst du es mit mir? Ich hab die grad gesehen, wie du wegramt bist, von einer harter Mann. Ähm, irgendwie nicht, aber... Entweder du warst da, oder Max, aber... Was? 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 Ich nicht, oder was? Du bist blau. Ich war's aber. Schau, wir warten, Junge! Ah, ne! Ah, ne! So, ne, ne, vergiss es! Leute, ein Ausgang ist offen! Ja, hallo! Und denn? Ach, Leute, komm her! Da, äh... Da kommt ein Kollege, den ich mag, hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Alza! Ich bin der Skate! Ich bin der Skate! Ich bin der Skate! Alle, du hast wie voll geblockt, Moritz! Boah! Er hat mich fast gekriegt! Nein! Alles, du musst immer überleben! Alles, alles, alles raus! Alles raus! Tschüss! Geil! Ander raus! Ja! Marc, du hast keinen gekriegt! Das war bitte! Ah, ich hasse den Geist! Ich hasse ihn! Okay! 15 Minuten! Das reicht für eine Folge! Gut! Dann, bis zum nächsten Mal und ciao! Tschüss! Tschüss!